Ich lerne Deutsch. Nummer 13674 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das gibt's doch nicht. Ich habe mich darauf verlassen, dass es klappt, und jetzt kommst du mit Ausreden. Welche Art von Projekten machst du während deines Studiums? Welche Art von Projekten machst du während deines Studiums? Kinder sind oft erstaunlich resilient gegenüber Veränderungen. Kinder sind oft erstaunlich resilient gegenüber Veränderungen. Betont, dass Kinder in der Lage sind, sich gut an Veränderungen anzupassen und trotz dieser stabil zu bleiben. In einem Video beantwortet die Influencerin Anna Fragen ihrer Follower und gibt Einblicke in ihr Privatleben. Ich gehe wieder zur Schule und mache meine Hausaufgaben nach dem Mittagessen. Ich gehe wieder zur Schule und mache meine Hausaufgaben nach dem Mittagessen. Ich arbeite so lange, bis ich das Programmierproblem gelöst habe. Ich arbeite so lange, bis ich das Programmierproblem gelöst habe. Ich arbeite so lange, bis ich das Programmierproblem gelöst habe. Das ist das Problem. Diese Datei kann nicht geöffnet werden, daher startet das System nicht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist das Programmierprogramm. Vielen Dank.